Freunde, diese neue Limited Edition wird entweder mega krass oder ein mega Flop. Ich habe heute die neue Vibrant Vibes Limited Edition von Rivalazmi und wir werden sie heute auf Herz und Nieren testen. Ich glaube, dass wir hier echt wirklich ein Game Changer Produkt drin haben. Nein, vielleicht sogar zwei und ein, vielleicht auch sogar zwei dramatische Produkte, die vermutlich nicht so ganz funktionieren werden. Ich gehe mal mit offenem Herzen ran und bin gespannt, wie das Ganze heute performen wird. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag heute. Falls nicht, hoffe ich, dass es morgen ein bisschen besser für euch wird. Ich werde jetzt gleich mit diesem Video euch nicht nur neue Techniken zeigen, die ich in den letzten Wochen für mich gelernt habe, sondern natürlich auch diese Limited Edition testen, die es ab KW4, also jetzt ab dieser Woche, bei Rossmann geben soll. Online sind die Produkte auch schon, habe ich eben gesehen. Und preislich ist das Ganze natürlich wieder dramatisch günstig. Ihr kennt die Preise von Rivalazmi. Es ist mir ein Rätsel, wie das möglich ist. Die Sachen sind aber überwiegend sehr, sehr gut geworden in den letzten zwei Jahren. Und deswegen bin ich happy, direkt loszulegen. Und ich glaube, wir starten auch direkt mit dem ersten spannenden Produkt. Und das habe ich neulich bei TikTok gesehen. Und das ist sehr viral gegangen. Und ich habe mich gefreut, als ich das gesehen habe, dass es das jetzt auch in der Drogerie gibt. Und zwar sehr, sehr kurz nach diesem viralen Moment. Was ein Zufall ist. Also die Entwicklung von so einem Produkt und die Produktion und die Verschiffung und das Einlisten und alles, das dauert knapp ein Jahr. Deswegen, das war jetzt wirklich Zufall. Aber es gibt das Eyebrow Powder Set. Eine Eyebrow Cushion Stamp, ein Stempel. Und drei Eyebrow Stencils, also Schablon. Packaging ist sehr, sehr süß. Es kommt in diesem Holopapier. Vibrant Vibes heißt die Limited Edition. Zwischen, ich habe sie einmal in der Farbe Dark Brown und Medium Brown. Und ich gucke erst mal nach der Farbe. Ich glaube, Dark Brown, weiß ich nicht. Ich gucke. In der Verpackung ist einmal hier so ein Stab. Und wir drehen es mal auf. Da ist hier einmal das Puder. Und dann haben wir hier wirklich wie so ein Stempel. Das ist jetzt die Farbe Medium Brown. Und die Verpackung von Dark Brown ist ein bisschen gräulicher. Okay, die ist wesentlich dunkler. Ich glaube, ich gehe mit Medium Brown. Aber ihr seht auf jeden Fall einen Unterschied. Was ich sofort sehe ist, A, sie sind extrem pigmentiert. Also ich bin ja nur einmal raufgegangen. Und sie sind sehr, 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 sehr kühl, die Farben. Also die hat so einen leichten gräulich-grünlichen Touch mit drin. Und die ist wirklich einfach nur dunkel, 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 kühles Braun. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt wird es aber ein bisschen aufregend. Denn es gibt diese Schablon. Drei Stück sind mit drin. Wir haben einmal den hohen Bogen, den Medium Bogen und den Full Arch. Die ist wesentlich dicker. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Also erfahrungsgemäß funktioniert das nicht so gut. Ich gehe, wie gesagt, mit offenem Herzen ran. Und wir probieren es jetzt einfach. Wenn es nicht klappt, mache ich es halt wieder ab. Ich tue mich immer nur so ein bisschen schwer damit, das richtig zu positionieren. Weil meine Augenbraue halt nicht so die klassische Form hat. Und ihr kennt ja meine Augenbrauenregel so ein bisschen. Die Augenbraue soll hier anfangen am inneren Augenwinkel. Der höchste Punkt soll diagonal vom Nasenflügel sein. Und der äußerste längste Punkt hier hinten verlängert vom Außenwinkel. Okay. Die sieht halt auch sehr, sehr groß aus. Ich nehme mal vielleicht die kleinere. Okay. Positioniert. Das ist nicht ganz richtig, aber wir probieren es. Ich stempe hier hinten. Fang hier hinten an. Und werde dann leichter mit dem Druck. Hi, mein Name ist Ernie oder Bert. Ich weiß es nicht, aber... Hulala. Also es hat geklappt. Und die Kontur ist top. Also wenn... Wenn das eure Augenbraue ist. Wenn ihr sie sehr gerne ein bisschen betonter habt. Go for it. Mir ist ein bisschen zu viel. Ich glaube aber, dass man damit eine sehr, sehr gute Sache machen kann. Die ich jetzt natürlich auch ausprobieren möchte. Ich lasse euch nicht aus Videos raus mit... Ist doof. Also es ist extrem pigmentiert. Das habt ihr gerade gesehen. Ich glaube aber, dass man damit extrem schöne Powder Brows machen kann. Das werden wir jetzt auch tun. Ich nehme einfach einen augenbrauen Pinsel. So einen flachen, eingeschrägten. Und gehe hier ganz leicht rein. Dadurch, dass das eine sehr gute Farbe ist. Glaube ich, kann man auch einen sehr, sehr guten Look mitmachen. Und ich male mir jetzt einfach mal hier unten so ein bisschen die Augenbraue lang. Ihr könnt natürlich auch an diesem Stempelkissen lang gehen. Und habt dann einfach eine schöne Farbe. Also um es dazu zu sagen. Wenn jemand diese starken Augenbrauen noch mag. Und auch Probleme hat mit der Form der Augenbrauen. Dann funktioniert das schon. Ich weiß nicht, ob ich es im Alltag machen würde. Aber die Farben sind halt sehr, sehr gut. Also ich probiere dann immer. Ganz ehrlich, was kostet das? Vielleicht zwei, drei Euro. Habt ihr aber ein sehr, sehr gutes Augenbrauenprodukt dafür bekommen. Selbst wenn die Funktion, die ihr da nicht benutzt. Und vielleicht einfach nicht das ist, was ihr macht. Aber ihr habt trotzdem etwas. Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann es leicht auftragen. Und hat dann diese gepowderten Brows, die immer ein bisschen natürlicher aussehen. Also das hat sehr gut funktioniert. Und man kann die Farben dann auch gut ausblenden. Ich gehe dann im Anschluss mit dem Bürstchen einmal noch mal so ein bisschen lang. Und verblende das. Und kann mir dann gleich im Anschluss die Augenbrauen ausschneiden. Also dafür hat es gut funktioniert. Die Farben sind top. Und mit dem Stempel ist halt jetzt nicht so meins. Aber... Uh, 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 uh. Für alle meine Mäuse mit Haarausfall. So wie mir. Ich glaube, die ist man dadurch... Mmh, wait a second. Das ist wie so ein Ansatzpuder. Das ist auch noch mal ein Thema. Das wollte ich mit euch auch noch mal besprechen. Das ist natürlich eine gute Sache hier. Also wenn man zum Beispiel den Bart so ein bisschen... Hier habe ich mich ein bisschen verrasiert. Als Bartpuder. Oder als Augenbrauenpuder. Dadurch, dass die Farbe halt so extrem kühl ist, funktioniert das ganz gut. Das ist ein Problem, was ich mit vielen Produkten habe in der Drogerie. Die für den Mann getargetet sind. Also so Bartpuder und Augenbrauenpuder und Haaransatzpuder. Die sind alle zu warm. Die sind alle orange. Die sind alle komisch. Farblich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Einfach um so ein paar Stellen vielleicht ein bisschen aufzufüllen. Okay. Nun gut. Man kann auf jeden Fall was mitmachen. Ist eine lustige Spielerei. Man hat seine Freude. Ich habe gelacht. Das ist es mir wert gewesen. Jetzt haben wir etwas, was sehr, 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 sehr spannend ist. Und das ist ein 1 zu 1 Stube zu der MAC Strobe Cream. Bevor wir das aber machen, muss ich meine Haut ein bisschen vorbereiten. Und benutze dafür den Repair Hero. Einfach, weil ich weiß, dass mein Make-up heute ein bisschen stärker wird. Und ich da wirklich gute Pflege brauche. Der Repair Hero spendet Feuchtigkeit. Und Niacinamid ist mit drin. Und Probiotik. Das heißt also, die Haut wird richtig schön gepflegt. Falls ihr Jepoda-Produkte noch nicht kennt, ich verlinke sie euch einmal unten. Da habt ihr wirklich eine sehr, sehr gut aufgebaute Hautpflegeroutine. Ich werde immer wieder gefragt, hey, kannst du mir eine Hautpflegeroutine empfehlen? Und mit Jepoda funktioniert das dann aber ganz gut, weil ihr wirklich eine Pflegeroutine habt, die wirklich darauf abgestimmt ist, dass sie auch zusammen funktioniert. Und deswegen freue ich mich, dass ihr mit meinem Rabattcode auf jeden Fall eine Menge sparen könnt. Und ab 69 Euro gibt es auch noch die C-Tox-Maske. Gratis mit dazu. Ihr seht das. Die ist jetzt fast leer. Ja, ich benutze die mindestens einmal die Woche. Und die umsonst ist natürlich cool. Und dann habt ihr so ein ganzes Fullset. Ihr wisst auch, dass es mittlerweile die Sheetmasks gibt. Ich liebe die. Die sind ein Gamechanger gewesen, vor allen Dingen. Ich blende sie euch hier ein. Die hat mir so, so gut gefallen. Ich habe sie leider schon aufgebraucht. Ich habe die vor Weihnachten bekommen. Und ich habe die so regelmäßig gemacht, dass ich jetzt keine mehr habe. Das heißt, ich muss mir gleich mit dem Code auf jeden Fall noch welche bestellen. Aber der Code gilt halt auch erst, wenn das Video online geht. Und vorher kann ich es noch nicht machen. Und am Schluss gehe ich mit der Make-My-Day-Cream nochmal rüber. Die ist echt super, um das Make-Up vorzubereiten. Weil die einfach sehr schnell einzieht. Die ist von der Konsistenz her so ein bisschen geliger. Die ist auch nicht so schmierig. Die ist nicht so fettig. Die spendet Feuchtigkeit. Die schützt. Und hier ist Zika und Jojoba mit drin. Also Zika ist Tigergras. Zika hilft. Und das habe ich euch schon mal erzählt. Ich fand das so toll. Und das ist wirklich mir die liebste Anekdote dazu. Wenn Tiger eine Verletzung haben, durch den Kampf oder weil sie ausgerutscht sind oder weiß ich nicht, sie eine Verletzung haben, dann suchen die sich in Zika. Weil Zika dafür sorgt, dass Wunden schneller und besser und antibakteriell verheilen. Und das ist da mit drin. Das heißt also, wenn ihr so wie ich hier gerade eine unreine Hände habt und mit Zika arbeitet, dann wird das alles viel, viel schneller verheilen und ebenmäßiger verheilen. Ich verlinke euch die Jepoder-Webseite da immer unten. Schaut da gerne wirklich mal vorbei, weil diese ganze Reihe so gut aufeinander abgestimmt sind. Alles made in Korea. Also wirklich am Fokus der neuesten Skincare-Entwicklungen in Korea. Mit Liebe gemacht, alles vegan und selbstverständlich cruelty-free. Und mit dem Rabatt-Code könnt ihr natürlich noch eine Menge sparen. Ich liebe die Produkte wirklich. Ich arbeite jetzt schon so lange mit Jepoder zusammen. Und vor allen Dingen, weil es einfach so logisch aufgebaute Produkte sind. Und ich genau weiß, da steht überall drauf, in welcher Reihenfolge ich was benutze. Und das macht es mir natürlich auch super einfach. Deswegen schaut da gerne mal vorbei und denkt an den Rabatt-Code. Und jetzt seht ihr auch, wie schön frisch und mit Feuchtigkeit versorgt die Haut aussieht. Und das ist das Wichtigste für das, was wir jetzt gleich machen werden. Denn wir haben diese Vibrant Vibes Strobing Cream. Strobing war vor, ich würde mal sagen, fünf Jahren das Ding. Ich glaube, MAC hat auch diese Strobing Cream gehabt. Die ist ja damals viral. Das Wort gab es noch nicht. Aber Strobing Cream hatten wir gefühlt, glaube ich, alle. Jetzt gibt es die von Rival Love's Me. Hier sind 17ml mit drin. Und das soll für einen strahlenden Look sorgen. Mit ultrafeinen, lichtreflektierenden Pigmenten. Geeignet für Gesicht und Körper. Ich swatche euch einmal ganz kurz. Wirklich die minimalste Menge. Ist sehr ergiebig. Das ist so ein silbriger, permuttiger Glanz. Und ihr wisst, was ich früher immer gemacht habe. Und auch heute noch sehr gerne tue. So, ich benutze Liquid Highlighter oder Liquid Strobing Cream Produkte als allererstes. Nach meinem Primer, nach meiner Pflege. Denn dann gehe ich mit anderen Produkten rüber, nehme den Glow so ein bisschen weg. Aber ich denke bei meinem Make-up immer so ein bisschen langfristiger. Und sehe dann nach zwei Stunden diesen leichten Glow durchkommen. Ihr müsst das nicht so machen wie ich gleich. Ihr könnt das punktuell machen. Und ich zeige euch gleich eine neue Technik, die ich extrem spannend finde. Die habe ich von Scott Barnes gelernt. Also hat er mir nicht persönlich beigebracht, ne. Aber ihr wisst, was ich meine. Wo er Underpainting macht. Das heißt also, er geht mit den starken Produkten wie Highlighter, Blush und Konto als allerallererstes rauf. Und geht dann mit einer hauchdünnen Schicht Foundation rüber. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Strobing Cream überall hin verteilen. Die hat auch keinen Duft. Also ich kann jetzt wirklich keinen wahrnehmen. Und ihr seht sofort diesen Glowy Effekt. Und ich finde, dass der Tatsache gar nicht so stark ist. Also wenn ich den jetzt vergleiche mit dem, Gott wie ist denn der, Rare Beauty Highlighter. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es ist schon doll. Und das ist schon Zinnmann. Aber glaubt mir, heute wird wirklich ein Vertraut dem Prozess Video. Denn das ist heute wirklich viel, was wir hier machen. Und ich möchte nachher aussehen, wie als wäre ich das Olivenöl. Nicht als wäre ich aus dem Olivenöl mehr emporgestiegen, sondern ich möchte aussehen wie das Olivenöl mehr. Funktioniert sehr gut. Hinterlässt auch keinen schmierigen Film auf der Haut. Zieht gut ein. Ihr könnt es entweder mit dem Finger, ihr könnt es in eure Foundation mit reinmischen. Also diese Strobing Creams sind mega, wenn ihr Glow wollt. Also wenn ihr wirklich, wirklich Glow wollt und aussehen wollt, als hättet ihr sehr, sehr viel Wasser getrunken. So sieht das Ganze ein bisschen verrückt aus. Wir machen aber jetzt wirklich diese Scott-Barns-Technik einmal, damit ihr das versteht, was ich meine. Ich nehme mir einen Contour-Stick. Und dadurch, dass wir vorher mit den dunklen Farben arbeiten, kann man da natürlich auch ein bisschen mehr Gas geben. Und den blende ich jetzt so ein bisschen aus. Ich mische da aber gleich meinen Kaya Cream Bronzer mit rein. Der ist ein bisschen wärmer und in Kombination mit dem Fenty-Ding funktioniert das dann sehr, 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 sehr gut. Und es sieht verrückt aus. Und glaubt mir, wenn euer Mann, euer Freund, eure Frau, je nachdem wer jetzt gerade kommt, euch so sehen würde, ihr würdet denken, du hast völlig einen an der Marmel, ne? Aber es wird. Ihr könnt es ruhig ein bisschen übertreiben, aber denkt dran, das jetzt schon mehr oder weniger ordentlich zu verblenden. Kurz ansetten lassen und wir können mit der Foundation rüber gehen. Blush trage ich jetzt noch nicht auf. Dann möchte ich nachher einen neuen Blush benutzen. Und wir gehen jetzt einfach mit einer ganz, 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 ganz Dünnschicht Foundation rüber. Ein Pumpstoß reicht. Und dann arbeite ich das Produkt wirklich gut in dem Pinsel und gehe einfach erst mal um die Stellen herum von dem Bronzer, von dem Blush, von dem Highlighter. Gut, Highlighter habe ich jetzt überall, aber dadurch haben wir ein leichteres Ergebnis. Jetzt seht ihr, wie... Also natürlich ist hier absolut das falsche Wort, ne? Versteht mich nicht falsch. Aber im Vergleich, hier sieht es aus, als hättest du da gerade, wärst du voll in so eine Felge reingedonnert und die hat ein bisschen abgefärbt. Hier ist es so ganz zart und sehr natürlich. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran. Ich mache aber schnell die andere Seite, weil sonst wird nix hier. Ich lieb's. Dieser Contour-Trick, also, ne, um es mal ein bisschen alltagstauglicher zu machen. Das ist mein Anspruch, den ich mir vorgenommen habe dieses Jahr, das Make-up ein bisschen alltagstauglicher für euch zu machen. Probiert mal mit dem Bronzer einfach wirklich zuerst zu arbeiten, weil er dann nur von unten so leicht durchscheint und nicht so aussieht, als hättet ihr noch Bronzer oben rauf geklatscht. Ich glaube, ihr könnt mir folgen. Okay, also diese Strobing-Cream kommt auf jeden Fall durch. Man kann natürlich auch wesentlich weniger benutzen. Ich sehe hier gerade, es gibt aber auch noch zwei Nagellacke. Die sehen vom Aufblick recht ähnlich aus. Der eine hat einen etwas rosaneren Touch und der andere so einen etwas lilanen Touch. Packe ich euch in eine Verlosung. Bleibt genauso, genauso wie dieser Pinsel. Das ist der Vibrant Vibes Puderpinsel mit 100% recyceltem PET-Kunststoff. Die Verpackung ist selbstverständlich vegan und ist perfekt für wunderschöne Schminkergebnisse auf den Wangen und im Gesicht. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Einhornhorn. Horn habe ich auch schon hier, deswegen ist der für euch. Base sieht schon mal ganz gut aus. Ich mache ein bisschen Concealer rauf und blende mir den auch schon mal so ein bisschen mit dem Pinsel aus. Es gibt nämlich noch etwas und als ich das gesehen habe, ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen. Und das ist ein Puder. Aber kein Puder Puder, sondern ein Soft Radiance Finishing Powder. Universal Finishing Puder für das ganze Gesicht, für einen unwiderstehlichen Glow mit Weichzeichnereffekt. Als letzten Schritt auf das Make-Up auftragen. Verleiht es dem Gesicht ein perfektioniertes Photo Finish. Ich will jetzt erstmal probieren, damit die Base zu setten. Und falls das nicht klappt, benutzen wir es wirklich als Finishing Puder. Ich gehe mit einem großen Pinsel hier rein. Das hat einen leichten Schimmer mit drin. Das sieht man im Aufblick. Aber ich fixiere jetzt erstmal die Stirn. Tatsache. Bisschen weiter weg. Also, man sieht nicht, dass ich abgepudert habe. Ich gehe jetzt erstmal hier... Alter Schwede, yes! Genau sowas habe ich gebraucht. Erinnert ihr euch, dass ich mir vor 2-3 Jahren etwas selber zusammengemischt habe, was so ähnlich war? Vielleicht sollte man es ein bisschen punktueller auftragen. Egal. Wir machen es jetzt mal so. Freunde, das ist bitte heute ein Experiment. Das ist Tatsache... Also, das ist wie Highlighter und Puder zusammengemischt. Aber sehr, sehr zart. Also, keine groben Glitzerpartikel. Sondern das hinterlässt halt auf der Haut dieses Hourglass Finish. Also, diesen weichzeichnenden, schimmernden Effekt. Wenn ihr diesen... Es sieht schon aus, als hättet ihr euer Make-up gar nicht gesettet Effekt haben wollt. Und es fühlt sich aber gesettet an. Das ist ganz verrückt. Also, das ist halt ein Puder. Nur halt mit Schimmer. Und ich verstehe nicht, warum das... Warum es das so... Doch nicht so oft gab. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen loses Puder. Und gehe hier punktuell unter den Augen lang. Um die Nase herum. Einfach, damit es wirklich gesettet ist. Und muss sagen... I love it! Und das ist nichts für jeden. Aber genau das ist das, was ich liebe. Diesen super Radiant Finish. Also, an Textur würde ich ein bisschen aufpassen. Auf der Stirn, da wo wirklich viel Fläche, bei mir zumindest ist, kann man das sehr, sehr gut machen. Oder du benutzt es halt wirklich nur so als... Als Hauch. Wir dürfen natürlich jetzt auch nicht vergessen, ich habe jetzt aber auch gerade eine halbe Flasche Strobing Cream unter dieser Foundation. Also, das beeindeutigt, dass ich aussehe wie der Regenbogenfisch heute. Was ich jetzt mache, ist noch ein bisschen Blush auftragen. Ich nehme einfach den Rest, den ich hier am Pinsel habe. Und arbeite mir das hier so ein bisschen hin. Und dann sieht das Ganze gleich auch ein bisschen... Das ist halt Skin, ne? Und ich glaube... Jetzt mal Klartext. Ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen, ne? Ihr wisst, dass ich in den Videos immer recht stark übertreibe, wie ich die Produkte auftrage. Damit ihr das Finish dann auch wirklich übernehmen könnt, ne? Also, ihr dürft nicht vergessen, ich habe hier sehr viel Licht. Ich habe eine Kamera, die kommt ins Schneideprogramm. Ich lasse bei YouTube hoch und YouTube lädt es wieder auf euer Handy runter. Und dazwischen sind viele Kartoffeln. So ungefähr. Und das macht natürlich das Video sehr platt, sehr eindimensional. Und wenn ihr ein Produkt aber habt oder wenn ich ein Produkt habe, muss ich einfach ein bisschen mehr benutzen. Damit ihr den Effekt so seht, wie er bei euch aussehen würde, wenn ihr nicht so viel benutzt. Wenn man diesen Finishing-Puder nur benutzt, ohne dieses Strowing-Cream, ist das, glaube ich, etwas, was sehr, sehr schön ist. Weil es fühlt sich sehr schön an. Und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich sette das Ganze mal, damit das Ganze, diese ganzen Puder-Produkte und Creme-Produkte schön ineinander schmelzen. Und dann gibt es noch etwas. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das ist ein Liquid Eye Gloss. Kann man auch als Lidschatten-Topper benutzen. Ja, weiß ich nicht so. Aber so seht ihr auch einfach ein bisschen mehr meiner Textur. So seht ihr, wie eine Haut aussehen kann, wenn man viel Make-up benutzt und trotzdem will, dass sie natürlich aussieht. Ich nehme jetzt mal ein bisschen hier raus. Das ist so ein Holo-Gloss. Und ich tupfe mir den jetzt mal nur ganz, ganz, ganz. Also ich nehme wirklich kaum was auf den Finger. Tupfe das nur so rüber. Und auch in dem Moment, wo die Base noch so ein bisschen feucht ist durch das Setting-Spray. Weil sonst kann das sein, dass man sich die Base so ein bisschen abträgt wieder. Ich mag die Farbe. Das ist ja so dieses ein bisschen icy. Und, das ist ganz spannend, es gab schon mal so ein Eye Gloss. Das war aber wirklich wie so ein Gloss. Das ist hier eher wie so eine Creme. Aber die ist nicht so speckig. Also eigentlich ist es ein Liquid Eyeshadow mit sehr, sehr feinem Glitzer-Pigment. Ich nehme noch ein bisschen. Und dann kann man das gut drauf tupfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das als Lip-Topper gut nehmen kann. Wenn man eine Lippe hat und einfach so ein bisschen mehr Lila haben möchte. Oder als Liquid Highlighter. Also, das ist jetzt viel. Ich würde nicht sagen, Freunde, geht so raus. Das ist der neueste Trend. Das ist Quatsch. Aber ihr seht einfach die Kombination aus allen Produkten. Das ist dieses Supermodel Glow. Es gibt mir so ein bisschen Charlotte Tilbury-Vibes, wenn sie ihr Make-Up bei ihren Models macht. Dann ist das immer sehr, sehr glowy, sehr, sehr glossy. Ich habe jetzt einfach noch mal ein bisschen was auf die Lippen, ein bisschen was auf die Augen gemacht. Und jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen tragbarer aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Weil ich glaube, also das Puder, das müsst ihr euch holen, wenn ihr auf Glow steht. Die Strobing Cream ist halt einfach eine super Alternative zu der MAC Strobing Cream. Liquid Eyeshadow bzw. Eyegloss. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und auch mit diesem Stempelding. Das ist eine Spielerei. Funktioniert aber für die vorhin erklärte Anwendung natürlich sehr, sehr gut. Wo ihr jetzt aber noch gerne einmal hinspringen könntest auf die Vipoder Webseite. Dort könnt ihr nämlich eine Menge sparen. Und ab 69 Euro gibt es diese schöne Maske gratis mit dazu. Ich bin sehr begeistert. Ich liebe das Puder. Ich vermute, dass wenn ich das gleich bei TikTok zeigen werde, ich drehe jetzt im Anschluss gleich ein paar TikToks damit, das Ding ist schnell ausverkauft. Ich lade das TikTok aber auch erst hoch, wenn das Video online ist, damit ihr die erste Chance habt, die Sachen zu kaufen, wenn euch die Sachen interessieren. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf.